Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Drop on by the Tele-Stammtisch. Drop on by the Tele-Stammtisch. Ich weiß, es wird nicht besser, aber heute haben wir uns da zusammengefunden, um mein vorweihnachtliches Fest zu feiern. Denn es geht heute um Terrifier 3, der jetzt demnächst ins Kino kommt, ins Deutsche, am 31.10., genau zum passenden Termin. Aber weil ich nicht abgefuckt alleine schon genug bin, habe ich mir heute einmal die Pfälzer Urlegende dazu geholt, nämlich Sven. Grüß dich. Hallo. Und wie könnte ich ohne meinen geistigen Podcast-Vater, den Mann, der mich groß und klein gleichzeitig macht jedes Mal, überhaupt aufnehmen? Unser allerliebster Programmchef Stu ist auch mit am Start. Hallo, wer ist denn dann deine Mutter und könnte ich sie doch mal kennenlernen? Ich hatte da ein paar weiße Flecken in meiner Vergangenheit, glaube ich. Ja, ein paar andere weiße Flecken hast du woanders gelassen, darum bin ich ja jetzt hier. Es passt sofort perfekt. Wir wollen das Niveau auch nicht zu dolle anheben. Wir alle drei konnten uns Terrifier 3 schon mal anschauen und es ist jetzt kein großes Wunder, ich erzähle glaube ich in jedem zweiten Podcast, bevor ich den Film gesehen habe, dass ich mich da das ganze Jahr darauf freue. Und heute werde ich mich mal ausschütten, wie ich es fand und ich bin auch sehr gespannt, wie ihr ihn empfandet. Aber vorher würde ich doch schon mal gerne wissen, was in der Handlung los ist, also zumindest unsere Zuhörer wollen das bestimmt wissen. Und ich bin da ganz offen, wer von euch will denn die Pretche springen? Also ich würde es mal versuchen, nach dem Ende von Teil 2 kommt Art wieder zurück und hat diesmal Hilfe von, wie heißt sie, Victoria heißt sie, die Dame ohne Gesicht, finde ich es einfach mal. Und dann macht er halt um die Weihnachtszeit allerlei Schabernack und trifft dann auch wieder auf Sienna, das Final Girl aus dem zweiten Teil wieder und dann entspinnt eine Art Kampf, weil Sienna natürlich auch traumatisiert ist von den Ereignissen des zweiten Teils, aber halt eben langsam auch lernen muss, dass sie sich halt eben auch mal zur Wehr setzen muss. Das ist im Groben die, und ich mache hier gerade ganz bewusst riesengroße Airquote, die Handlung von Terrifier. Also und die Airquotes, die nehme ich nachher kurz vorm Schluss auf, da mache ich nämlich einen ganz kurzen Spoiler-Part, weil sonst kann ich euch nicht den wahren Plot des Films oder der Filmreihe näher bringen, dass auch alle Leute, die damit nichts zu tun haben, endlich mal wissen, doch, Terrifier hat eine Handlung und ich hau den Hot-Take raus, Sienna gleich Neo aus Matrix, denn da sind viele starke Verbindungen. Und da muss ich ja mal kurz berichtigen, ich sage nicht, dass Terrifier keine Handlung hat, ich sage nur hat eine schlechte Handlung. Du wirst nach dem Cast deutlich anders denken. Das verspreche ich mich nicht. Ich glaube es auch nicht, aber ich werde es versuchen auf jeden Fall. Ich habe mir da einiges zurechtgesponnen, was natürlich alles der Wahrheit entspricht, davon abgesehen. Aber kommen wir erstmal zu dem Teil. Und ja, er fängt ja direkt wieder am zweiten an. Und die Endszene aus dem zweiten ist ja in der Psychiatrie, da sind wir mit Victoria und da kommt ja schon Art der Clown wieder zur Welt, also der Kopf zumindest. Wie hat euch denn der Prolog gefallen bis dahin hier im dritten? Also da muss man nur noch mal sagen, das ist ja nicht der richtige Prolog. Der richtige Prolog ist ja, der setzt ja glaube ich fünf Jahre vor der Handlung des dritten Teils an, nicht wahr? Ja, das ist die Psychiatrie-Szene, dem meine ich. Nee, die erste Szene ist da, wo wir sehen, was vor fünf Jahren passiert ist mit der Familie an Weihnachten. Ah, fuck, ja, du hast recht, du hast komplett recht. Wir machen das mit Weihnachten, das finde ich noch besser. Wir machen die Weihnachtsprolog-Szene und danach gehen wir in die Psychiatrie. Man merkt sofort, wer hier der Terrifier-Fan von uns ist. Ja, ich habe gerade nämlich überlegt, ich war gerade so richtig schon dabei, über Art abzufeiern. Nee, aber die Weihnachtsprolog-Szene, ja klar, lassen wir uns mit der anfangen. Wie fandet ihr die? Ich fand sie tatsächlich auf der einen Seite ganz nett, auf der anderen Seite frage ich mich halt wirklich, was sollte das? Jetzt nicht, weil da irgendwas zu sehen war, was mich komplett schockiert hätte oder zerstört hätte. Da wird halt klar eine Grenze überschritten für viele, glaube ich, auch wenn das Off-Screen passiert. Das Ergebnis sieht man halt, wie so oft bei Terrifier. Aber ich finde, man merkte da, dass der Regisseur und Drehbuchautor Damien Deone ein bisschen was dazugelernt hat. Also gerade, wenn es so um Stimmung geht. Ich dachte mir nach den ersten fünf Minuten noch so, okay, ich finde, das ist eine Verbesserung inszenatorisch zum zweiten Teil. Und hatte gehofft, dass es dann halt ähnlich solide weitergeht. Das war so mein Gefühl nach dem Opening. Und bei dir, Sven? Also mir hat das Opening sehr gut gefallen. Nicht nur, weil er halt die Sau rauslässt oder weil jetzt irgendwelche Grenzen überschritten werden. Wobei ich finde es so krass, fand ich das jetzt nicht. Aber es ist sehr stimmungsvoll. Ich fand es sehr spannend. Er hat es auch wirklich teilweise clever gemacht. Gerade so mit dem Mädchen, das da mit ihren Puppen und voll süß und voll lieb aussieht. Wie aus einem typischen 90er Jahre oder 80er Jahre Weihnachtsfilm. Dachte ich noch, wenn du die jetzt noch dahin schlachtest, dann könnte ich emotional tatsächlich etwas mehr involviert sein. Aber ich fand sie spannend. Ich fand sie gut gemacht. Ich dachte noch, oh ja. Man sieht, wie du schon gesagt hast, dass es da eine deutliche Steigerung gibt. Und ja, also ich war begeistert. Auch gerade in dieser Prolog-Szene. Ich fand das halt auch sehr spannend, dass er mal was anderes wieder versucht hat. Aber er selber hat ja in Interviews auch gesagt, das ist halt nicht Art der Clown, wie alle den jetzt kennen. Der da komplett nur Riot geht, sondern der auch so ein bisschen Suspense dann zulässt in den Szenen. Und das fand ich auch richtig schön. Weil er hat dann auch so mit der Geräuschkulisse gearbeitet. Weil sonst hast du es ja immer schön in die Fresse. Du musst sehen, was passiert. Dafür steht ja die Reihe. Und hier hat er auch mal was im Hintergrund laufen lassen. Und du hast nur an den Geräuschen gemerkt, okay, das passiert da jetzt. Und darum fand ich diese Linienüberschreitung auch nicht so hart. Aber ich habe mich gefreut, dass an meinem Traum der Schritten ja rangegangen ist, diese Extremgrenze anzutasten ein bisschen. Das fand ich dann auch gut. Aber da würde ich halt wirklich von meiner Seite aus widersprechen. Weil also Suspense heißt ja auch immer ein bisschen was von Spannung. Und so gut dieses Opening halt inszeniert ist von der Stimmung her wirklich spannend, fand ich daran ehrlich gesagt. Ob er die dritte Person da, oder eigentlich ist er in dem Moment die erste, ob er da jetzt wirklich was macht. Da finde ich schon Spannung drin. Also er schlachtet halt, das kann man ja verraten, da ein paar Leute ab. Und am Ende bleibt halt offen, ob er die letzte Person dann auch noch umbringt. Aber wirklich eine Spannung daraus gezogen habe ich nicht. Und dass sie den ersten Mord im Haus nicht zeigen, liegt vermutlich einfach daran, wen er da tötet, nehme ich mal stark an. Man sieht ja das Ergebnis. Das ist ja nicht das erste Mal, oder das wird nicht das letzte Mal in diesem Film sein, wo er jüngere Personen umbringt. Und man sieht halt das Ergebnis, aber nicht halt wirklich die Tat an sich. Und da würde ich euch schon ganz klar widersprechen. Also für mich war im Opening, ich hätte meinen Spaß, meine Freude, das war gut umgesetzt. Aber spannend fand ich daran ehrlich gesagt wenig. Weil es ist halt einfach so, es ist der dritte Teil. Ich weiß, es ist Art der Clown. Ich weiß, was er mich erwartet. Und muss ehrlich gesagt, dass der Film, das kann ich auch schon vorausnehmen, für mich auch wenig getan hat, um überhaupt so eine Art von Spannung zu erzeugen. Also ich hatte jetzt nochmal, das ist natürlich ein fieser Vergleich, aber ich habe jetzt neulich nochmal den ersten Halloween geguckt. Und wenn dann Michael Myers da herumschleicht in den Häusern, ist das immer noch wesentlich spannender für mich, als wenn Arte Clown da rumschleicht. Und da merke ich halt einfach den Unterschied zwischen einem Meister wie Carpenter oder Dame Leone. Dame Leone kann super praktische Effekte machen, gar keine Frage. Und er hat sich auch wirklich historisch verbessert, aber ein guter Regisseur ist er wirklich immer noch nicht. Also sehr gut finde ich ihn auch nicht, bin ich deiner Meinung, aber ich finde er hat schon deutliche Schritte gemacht. Also es ist jetzt der sechste Teil, wenn man es sogar mit den Kurzfilmen nimmt, wo Art der Clown vorkommt. Und in allen Langfilmen jetzt hat er jedes Mal auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht. Man muss halt auch immer die Frage dann, glaube ich, auch stellen, liegt es wirklich an seinem Talent oder liegt es eben auch daran, weil er jetzt mittlerweile mal zwei Millionen zur Verfügung hatte und nicht irgendwie 500.000. Das ist natürlich auch noch wichtig, glaube ich, was die Qualität dann, glaube ich, nochmal nach vorne bringt. Ja, definitiv. Dass er besser geworden ist, das möchte ich hier nicht ausschließen, das glaube ich auch. Aber weil wir beide, so Zero und ich, ja auch kürzlich den Smile 2 gesehen haben, der halt auch nicht perfekt ist, aber der halt wirklich wesentlich besser inszeniert ist. Gut, der hatte auch das wahrscheinlich 80-fache des Budgets. Aber gerade beim Opening, das war gut gemacht, gar keine Frage, aber gerade, also dass ich jetzt das Gefühl hätte, dass etwas Spannendes passiert, das kann ich vorausschicken. Hatte ich bei Terrifier 2 wirklich nie. Ich fand den spannend unterhaltsam teilweise, bin ich ganz ehrlich. Ich hatte da ein paar Szenen, wo ich dachte, macht er jetzt das oder das. Aber das ist auch nicht, für was man sich den Film eigentlich anguckt. Bin ich auch ganz ehrlich. Du gehst auch nicht in Fast and the Furious und sagst so, ich möchte ein spannendes Familiendrama. Ich möchte gerne historische Sachen dazulernen aus Fast and the Furious, das ist der Punkt, den ich habe. Aber lass uns doch mal jetzt zur Hauptstory reinbeschledern, wo ich vorhin schon hinwollte. Wir fangen ja direkt am zweiten Teil dann an, mit unserem Hauptplot, wieder in der Psychiatrie. Und da kommt ja unsere neue Figur dazu. Wie fandet ihr, dass jetzt Victoria viel mehr Platz einnimmt im dritten Teil als eigentlich in allen beiden davor zusammen? Mich hat Vicky echt genervt. Irgendwann hat sie mich wirklich genervt. Weil ich finde, Art funktioniert viel besser, wenn er alleine ist und jetzt nicht noch einen Groupie an seiner Seite hat, die dann auch noch mitfeiert. Und ich hatte auch so zwischendrin echt Evil-Dead-Vibes, weil sie mich halt auch so an diese Daddies erinnert hat und die quatscht. Und es gibt eine Szene, die fand ich mies. Also es gibt zwei eigentlich mit ihr, die ich echt mies fand. Also jetzt nicht irgendwie scheiße gemacht oder so, sondern einfach, wo ich gedacht habe, ja, okay, gut, das geht mir jetzt. Das brauche ich nicht, das war mir tatsächlich ein bisschen zu viel. Ich mochte das Horror-Clown-Mädchen aus dem zweiten. Aber auch einfach, weil sie mit ihm zwar interagiert, aber nur er, okay, und Sienna sie gesehen hat. Und ja, okay, gut, der Rest auch. Aber sie ist halt nicht so der nervische Sidekick. Und ja, Vicky dachte ich irgendwann, oh nee, komm, brauche ich nicht. Stu? Jetzt mal kurz bevor Stu antwortet, kann ich schon mal dazu sagen, du musst dir eigentlich mal denken, dass Victoria, vielleicht ist sie ja gar nicht der Sidekick von Art. Halte das mal schon mal im Ding. Schreib das mal auf den Zettel auf. Stu, wie fandest du Victoria? Ich finde, also sie hat halt einen Unique-Look, sagen wir es mal so, der auch wirklich cool ist und auch wirklich, die ist schon, also sie hat einen gruseligen Look, der aber irgendwann auch verfliegt, weil sie einfach zu präsent ist. Und was mich halt wirklich an ihr gestört hat, dass die geredet hat. Und ich weiß nicht warum, aber jedes Mal, wenn sie den Mund aufgemacht hat, dachte ich so, das ist mir zu viel. So, das war ja auch das Gruselige an diesem Clowns-Mädchen, die hat eben nicht geredet, die lief einfach so nebenbei. Und ich muss dem Film lassen, dem dritten Teil, dass es so eine gewisse Dynamik zwischen Art und Victoria gibt und das durchaus auch wirklich amüsante Szenen sind, wenn sie halt wirklich da agieren. Und manchmal habe ich das Gefühl hatte, okay, Art ist teilweise so ein bisschen genervt von ihr und teilweise findet er sie aber auch ganz toll. Aber ich für meinen Teil hätte sie, glaube ich, rückblickend nicht zwingend gebraucht. Ich fand Victoria auch komplett nervig, also auch der Punkt, den ihr habt, sie spricht, sie spricht zu viel und auch nervige Sachen nur und sie hat dann in dem Sinne auch nicht erstmal so einen harten Mehrwert für mich, wo dann Szenen kommen, wo ich sage, boah, ja, die hätte ich jetzt genauso gebraucht. Gibt es zwei, drei Schockersachen, wo ich auch bin, ja, okay, ist eklig, aber ja, hat man vielleicht auch schon mal gesehen. Drei Dudes haben zu, äh, sperren sich, dass eine Frau in einem Horrorfilm zu viel redet, klassisch. Dann kommen wir zu einer, wir nehmen auch zwei Darsteller durch, jetzt auch eine Person weiblich, die ich loben würde, nämlich Lauren Lavera, Sienna. Ich finde, die hat definitiv vom Teil davor und allem anderen schauspielerischen großen Schritt gemacht und wird auch deutlich mehr gefordert, zum Beispiel mit ihrem, ähm, hier, mit ihren Wahnvorstellungen und allem. Was sagst du denn dazu, welchen Schritt hat Sienna für dich gemacht, als Rolle und als Schauspielerin? Ich finde schon, dass sie im zweiten Teil wirklich einen der positivsten Aspekte war. Da hat sie sich als Final Girl auch wirklich bemüht. Ich finde, dass sie auch jetzt im dritten Teil zeigt, dass man sie durchaus Schauspielerin ernst nehmen kann und auch ernst nehmen sollte, im Gegensatz zu ihrem Filmbruder, diesen Jonathan, der halt wirklich im zweiten Teil ganz furchtbar war. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt eine Liste machen würde der besten Final Girls, käme sie darin jetzt auch nicht wirklich vor. Und das liegt, glaube ich, gar nicht so sehr an ihr als Schauspielerin, sondern halt einfach, äh, an dem Drehbuch und an dem Pacing des Films. Weil der Film halt zwei, wenn man so will, Parallelhandlungen hat. Du folgst halt einmal ihr und du folgst halt einmal Art. Und der Leone versucht bei ihr so ein paar Highlights zu setzen. Also es gibt zum Beispiel Situationen, wo sie halt die Opfer der Vergangenheit trifft. So ein bisschen wie bei American Werewolf, falls sich daran jemand erinnert. Das ist alles ganz nett gemeint, aber ich fand es einfach zu bemüht und auch irgendwie zu Wischiwaschi und so, das war so eine Pflichterfüllung, dass er jetzt wirklich so tut, also der die Runde so tut, als ob ihn tatsächlich interessieren würde oder als ob uns wirklich interessieren würde, wie Sienna ihre Trauma verarbeitet. Denn, und das haben wir heute schon mal gehört, das ist ja nicht der Grund, warum ihr so ein Film mit Harry Feierdreff... Ich schon, ich wollte es gerade sagen. Außer vielleicht Sven. Ja, das war mir klar. Und wie fandest du es? Also mir hat es im zweiten besser gefallen. Ich hatte genau wie Stu auch so das Problem, dass diese zwei Handlungsstränge nebeneinander herlaufen und am Ende zufällig aufeinandertreffen. Und auch diese posttraumatische Belastungsstörung, die fand ich nett, auch so die Küchenszene, die fand ich derb. Also da habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt hauen wir mal noch ein bisschen mehr raus und zwar nicht nur eklig, sondern halt, ja so auch ein bisschen Psychologie, Horror, jetzt, okay gut, nee, das ist übertrieben, Entschuldigung. Ähm, auf eklig und nochmal eklig und das könnte tatsächlich noch einen netten Beigeschmack bekommen, aber ich habe es ihr teilweise nicht ganz abgenommen. Ich fand sie im zweiten schauspielerisch, wenn man das so sagen kann, bei ihr stärker. Bei Jonathan war es auch so, also der hat ihm, mir hat er im zweiten auch deutlich besser gefallen als jetzt. Er taucht ja auch nicht so arg oft auf und wirkt halt gerade so in emotionalen Szenen, das hatten wir ja vorher schon so ein bisschen im Vorgeplänkel, wirkt er für mich auch ziemlich überfordert. Ja, aber für Jonathan haben wir ja zum Glück einen kleinen Ersatz erhalten, sie hat ja jetzt, sie ist ja bei ihrer Tante und ihrem Onkel jetzt untergekommen, fünf Jahre später nach ihren Vorkommnissen und da ist ja Gabby ihre kleine Cousine und jetzt mal ohne Spaß, mal unter uns, wir sind ja hier unter Männern. Die sieht auch hundertpro aus wie so ein kleines Minimi von Jenna Ortega oder bin ich der Einzelne, der das gesehen hat. Aber wie fandet ihr denn die Einbildung da jetzt in diese neue Familie, die sie dann ja jetzt hat? Also ich nehme schon mal bei mir vorweg, ich fand das ganz nett gemacht, weil du brauchst ja auch um so ein paar menschliche Bezugspunkte, sprich wir brauchen auch irgendwie neue Opfer, sonst wird es ja langweilig in so einem Film. Sven, wie konntest du mit der Family connecten von Sienna? Gar nicht, ich fand mit der Family war es auch, also gerade so mit den Adoptiveltern, das war so eine Erzählung, so ein Handlungsstrang, den hätte ich weggelassen, weil das für mich keinen Mehrwert hat, also zumindest zwar die Eltern nicht, die Cousine ist wohl was anderes, aber da war wirklich so, das war einer von zwei Punkten, die ich tatsächlich auch einfach gelassen hätte, weil Stu hat vorhin auch schon Spacing angesprochen, ich greife jetzt nicht allzu weit voraus, aber da hat er schon ein paar Probleme und auch ziemliche Schwächen. Ja, also die Familie, wie gesagt, die Familie wird eingeführt und jeder, der schon mal zwei Genre gesehen hat, weiß, was passieren wird und da komme ich auch wieder halt auf das Drehbuch zurück und ich finde, dass der Leone da auch jetzt, er versucht es, aber wie gesagt, ich saß dann halt da und war klar, okay, das ist jetzt ihre Adoptiveltern, weil wir müssen halt irgendwie die Bodycouch schon irgendwie auf die 20 Tote bringen, muss ja auch lohnen und von daher war es für mich, Ich würde nicht sagen, dass es misslungen war, es war halt einfach Unnötig. Ja, diese Figuren sind halt einfach mehr so, haben was Mechanisches, sie sind halt da, um benutzt zu werden und mit benutzt werden meine ich halt, sie müssen halt irgendwie sterben und ja, das Überraschungsspoiler, nicht alle werden überleben, hätte ich es gedacht, aber ich würde jetzt wirklich lügen, wenn ich behaupten würde, dass es mir irgendwas gegeben hätte, diese Familie, da bin ich leider Gottes Das ist auch ziemlich wie bei Sven, ja. Ach man, ihr macht den Film so schlecht, wir kommen noch zu guten Teilen, Leute, bleibt dran. Die letzten Darstellung, die ich auch nur noch durchgehen will, ist natürlich David Howard Thornton als Arze-Clown, über den wurde ja immer viel gesprochen, der macht das super stark, super Schauspiel, Mimik, das Kindliche, die Pervision, alles im einen. Und wie hat er euch jetzt hier überzeugt? Diesmal sag ich meine Meinung danach, dass ich jetzt gleich wieder sag, nur nein, kommst du, hau mal raus, wie fandest du? David Howard Thornton, der heißt, ja, voll der Lauch, kann gar nichts, ist furchtbar, tut dem ganzen Franchise nicht gut. Nee, Quatsch, also wenn es halt eine konstante Qualität in diesem Franchise, das es ja mittlerweile gibt, dann ist es neben den praktischen Bluteffekten David Howard Thornton, da gibt es gar nichts zu sagen. Ich finde, dass er im dritten Teil wirklich nochmal mehr für mich überzeugt, weil er, und das kann natürlich einigen missfallen, er ist ein bisschen witziger, finde ich, als der zweite Teil, was nicht heißen soll, dass er nicht trotzdem sehr, sehr blutrünstig ist, aber ich finde, dass Arte-Clown, was so die Ikonografie angeht, glaube ich, der größte Slasher-Killer unserer heutigen Zeit ist und könnte mir sehr gut vorstellen, dass es den auch jetzt auch in den nächsten paar Jahren geben wird und es, wie gesagt, die Terrifier-Reihe, ich bin, ihr hattet es wahrscheinlich schon rausgehört, bin eh nicht der größte Fan dieser Reihe, ich finde es nicht uninteressant, aber ich bin definitiv kein Fan, aber David Howard Thornton ist der, wie weiß es im Sport, der MVP dieses Films und ich sage es ganz ehrlich, aktuell könnte ich mir eher vorstellen, dass der Million in das Projekt verlässt, als anstatt er es tun würde, weil für mich ist David Thornton, David Howard Thornton, meine Güte, ist Arte-Clown und Arte-Clown ist halt einfach Terrifier. Was sagst du, Sven? Ja, also du merkst schon, dass der wirklich sau viel stemmen muss, eigentlich das ganze Franchise, die ganze Reihe, ohne den würde das nicht so funktionieren, ich finde auch, der macht das mega, der hat eine unheimliche, unbequeme Art und Stu hat es schon angesprochen, du findest toll, dass es ein bisschen witziger ist, das ist auch so einer der Schwachpunkte, gerade so bei den natürlich superbrutalen Tötungsszenen, dieses, ich zeige auf meine Opfer und lache, achaha, einmal okay, zweimal, beim dritten Mal nutzt es sich ab. Also das ist was, das hat mir in den Teilen davor deutlich besser gefallen und ich mag den ersten und ich finde den zweiten mega, also ich bin kein Hater sozusagen, trotzdem muss ich sagen, Arte hat in der jetzigen Form und Verfassung eher was von einem MacGyver des Bösen. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob da wirklich Thornton unten drunter steckt, sondern Richard Dean Anderson, der jetzt Rache nimmt, dafür, dass der MacGyver neu verfehlt, als er neu wieder aufgesetzt hat damals. Nein, also er macht das super und das ist halt auch was, kann ich mir gut vorstellen, auch wie es du schon gemeint hast, so das geht in die Richtung, das geht in die Richtung Freddy Krüger, den gibt es ohne England eigentlich nicht und das, ja, ist schon halt das Aushängeschild unter anderem von der, von diesem Franchise. Ja, das ist, ich möchte nur eine Sache sagen, ich bin auch kein Fan von diesem Humor von wegen, ich zeig jetzt auch meine, äh, ausgeweilten Opfer oder so, aber es gibt ja auch gerade so davor und danach halt immer wieder so ganz amüsante Momente, also es gibt zum Beispiel einen Moment, wo er sich quasi vor dem Kill nochmal erleichtert und dann aber hartig wie er ist, er heißt ja auch, hat die Hände wäscht oder so, ähm, und vor allem halt, es ist ja eine nonverbale Figur und der Thornton hat ja schon mal gesagt, der hat wirklich viele so Strumpfung-Klassiker gesehen, das merkst du auch, also wie der mit dem Mimik-Spiel, das finde ich halt wirklich amüsant und er bekommt es dann aber auch immer wieder hin, relativ fluide zu wechseln, von hahaha hin zu, dass du dann wirklich denkst, okay, mit dieser Person möchte ich jetzt nicht in einem Raum sein. Da habe ich jetzt ein kurzes Szenenbeispiel sogar, äh, ohne zu viel zu verraten, äh, wir haben eine Person, die, die kann sich in dem Sinne gar nicht mehr wehren und es passieren viele perverse Dinge zwischendrin und Art the Clown muss immer von A nach B gehen und immer wenn es an dieser Person vorbeigeht, gibt mir ihr so einen schönen Klapp auf dem Hinterkopf und ich musste jedes Mal laut loslachen, also ich wurde nur auch dumm angeguckt in der PV im Saal, aber naja, so ist das meistens bei mir, ich musste wirklich laut lachen, weil das hat mich so stark an Dinner for One erinnert, dieser Humor, wenn der halt immer über diesen Löwenkopf, Bärenkopf fällt und ich musste da so lachen und ich bin mir 100 pro sicher, das stand nicht im Skript, das hat sich Sorten einfach mal so, ist doch bestimmt lustig, die Figur kann doch jetzt eh nichts machen, ne, oder die schauspielende Person, ich gebe da einfach mal Klapp auf den Hinterkopf, bei jedem Mal, wenn ich dran vorbeigehe und ich fand das so arschwitzig und nebenbei ist das natürlich auch psychologisch so richtig niedermachen, weil kann sich ja keiner dagegen wehren auch und ah, es war schon lustig. Wo ich wirklich sehr gelacht habe und was mir auch wirklich gut gefallen hat, ist einmal diese Szene in der Bar, wo Art einen Weihnachtsmann sieht und total ausflippt und sich so freut, da habe ich kräftig gelacht und im Einkaufszentrum habe ich gelacht und das fand ich auch nicht schlimm, ich glaube auch, dass die diesen Humor, also gerade Leonie gerade diesen Humor mit reingenommen hat, nicht nur um das Ganze noch ein bisschen schwarzhumoriger und so zu machen, sondern ich kann mir auch gut vorstellen, dass der so ein bisschen im Hinterkopf hatte, dass er sich dann mit der MPAA nicht so arg auseinandersetzen muss. Also klar, er wird es trotzdem getan haben, aber dass man einfach auch sagen kann, eh Leute, das ist ja überhaupt nicht mehr ernst, ne, das ist ja, das ist ja fast so wie Itchy und Scratchy oder einfach Tom und Jerry bloß halt mit Blut. Wobei, da muss man halt sagen, ähm, dass Terrifier ja wirklich von keinem großen Studio publiziert oder herausgegeben wird. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass, äh, von Fonten, äh, Leone, die MPAA letztlich auch ein bisschen scheißegal sein kann. Mhm. Ähm, und der Erfolg gibt ihm ja recht, ne. Ich für meinen Teil glaube halt schon, dass er es gemacht hat, diese Provokation, nenne ich es mal, weil, sagen wir uns wie es ist, kleiner Minispoiler, es sterben halt Kinder in dem Film, ähm, dass es schon so die Provokation ist und natürlich auch zu gucken, was passiert dann. Denn seitdem Terrifier 2 durch die Decke ging, äh, ist dieser Film ja auch präsentiert dafür, Leute wirklich auch aufzuregen, zu echauffieren, was ich auch nachvollziehen kann. Wenn das einfach nicht dein Genre ist, dann siehst du da einfach krasse Sachen und ich kann jeden verstehen, der davon, der da nur nichts anfangen kann. Ich bin ja selbst jemand, der jetzt auch sagt, so, das ist auch nicht meine favorisierte Art des Horrors, ähm, nicht weil mir davon schlecht tut oder so, sondern weil ich es halt meistens ziemlich öde finde in einer gewissen Zeit. Es ist, es ist und bleibt halt ein, ein Gore-Porno, ne, also du kriegst viel Blut. Ja, so richtig. Und gute Effekte, wenn du Glück hast bei guten Filmen aus diesem Bereich und das ist halt gerade auch der Spaß daran, dass man da halt Sachen sieht, die in anderen Filmen mal ganz kurz eingeblendet werden, du aber nie wirklich erkennst, ist das jetzt ein guter Effekt oder nicht, weil es meistens im Dunkeln gehalten wird und hier siehst du halt genau drauf, okay, da haben sie sich das und das gedacht, das sieht gut aus oder das haben sie dafür genutzt, wenn man genau hinguckt. Das finde ich das Spannende gerade an dem Teil. Aber ich will nochmal kurz zu Art the Clown zurück, ähm, da sind wir wesentlich einer Meinung, ich finde ihn halt auch, er ist, äh, der Showstealer jedes Mal in den Filmen. Er ist ja sogar erst seit dem ersten Langfilm erst dabei, äh, David Thornton. Vorher war das in den anderen Kurzfilmen, war das immer ein anderer Darsteller und da hat er auch einen ganz großen Schritt gemacht. Ich glaube, ohne ihn als Darsteller wäre das auch nicht durch die Decke gegangen so hart, weil der das schon gut verkörpert und da auch viel, viel reinbringt. Da kann man nicht immer noch... Habt ihr den mal unmaskiert gesehen? Ich hab letztens gesehen, wie er geschminkt wird für die Rolle und was das für eine Tortur ist. Der sieht halt, äh, harmlos aus, muss man mal so sagen. Ich hab heute Shorts gesehen, wie Thornton als Art the Clown in einem Einkaufszentrum kleine Kinder erschreckt hat, mit ihren Eltern. Das hatte natürlich, also es war liebevoll erschreckt, ne, und die wussten, die kannten den natürlich, ja. Ach, Art, keine Ahnung, wie weit es jetzt gestellt war oder nicht. Aber es gab so ein paar Kids, die sind natürlich schreiend davon gerannt. Und dann dachte ich, naja, guck, das ging relativ schnell, dass er Memes, dass es alle möglichen Sachen irgendwie gibt. Und das hat mich so traurigerweise auch so ein bisschen an Freddy Krüger erinnert, der dann auch ja genauso wie Jason, wobei Freddy ist da schon eher der gewesen, der in irgendwelchen Talkshows dann auch war und dann halt auch ein immenses Merchandising hinter sich hergezogen hat. Da dachte ich noch, guck das an, jetzt ist gerade mal der dritte Teil draußen, und es dauert nicht lang, dann gibt's bestimmt Art the Clown Bettwäsche. Gibt's schon. Aber es ist doch auch so, dass du Art the Clown jetzt, bei irgendeinem bekannten Videospiel kann man auch erst ein Charakter-Skin von Art the Clown und so. Und ich meine, dass es jetzt auch Bettwäsche gibt, ich meine, es gibt vor allem Bettwäsche. Wir sind ja wirklich im Zeital des Merchandises, dass auch kleinere Filme als jetzt Terrifier da noch Merchandise bekommen. Ähm, das, ja, aber es ist schon irgendwie kurios, weil das ja ein Film ist, der eigentlich nicht mainstreamig ist. In dem, was er zeigt, in dem, was er erzählt, in dem, was er einfach ist. Ja, das sind halt Filme, die hätten damals so Leute wie, was weiß ich, Lucho Fulschi gedreht oder so. Ja, so italienische Schlockerfeste, die du mit viel Glück ankart in irgendwelchen Bahnhof-Sidotheken dir ausleihst. Und dass so ein Film so erfolgreich ist, dass er de facto am Startwochenende in den USA, in ganz Nordamerika, Kanada und den Vereinigten Staaten eingenommen, Platz 1 der Kinocharts ist, ist halt krass. Also, das ist krass, das ist ungefähr so, als wäre irgendwie die, ähm, hier, wie heißt es, das Haus an der Friedhofsmauer, oder ein Zombie hingang Glockenseil, als ob das ähnlich gute Einspielergebnisse hätte wie, was weiß ich, Zweiohrküken oder so. Das wäre echt krass. Aber so überraschend finde ich das eigentlich gar nicht. Die große Überraschung ist halt, dass Joker 2 relativ ablust, sonst wäre da, glaube ich, auch noch Leute mehr reingegangen. Überraschend, war auch falsch gesagt, aber allgemein, dass dieser Nischenfilm, der ja ganz klar Nischengenre oder Nischenpublikum anspricht, also, das ist ja kein Marvel-Film, das ist ja kein Wig, das ist ja kein Bonker. Du kannst mir nicht, also, ich glaube natürlich klar, dass da viele jetzt auch reingehen wegen der Promotion, weil die Hype-Trend gut läuft und gut geschmiert worden ist und, äh, die Leute reden drüber. Es ist auch Halloween, das heißt, die ist eh die Saison für Horrorfilme. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas wie Art the Clown oder Terrifier ohne Internet, ähm, so einen Hype ausgelöst hat. Das heißt nicht, dass ich das scheiße finde. Gott bewahre, ich finde das total interessant und total spannend und sie haben sich ja auch verdient. Was mich ein bisschen stört, das muss ich zugeben, ist, dass jetzt diese elenden Vergleiche kommen mit Joker 2 und Terrifier 3. Das sind zwei komplett unterschiedliche Filme. Das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist, dass da zwei Leute rumlaufen, die geschminkt sind. Das, ähm, finde ich auch unvergleichbar. Das Einzige, wo das immer in einem Atemzug ist, ist halt gerade an den Kinokassen, äh, was natürlich als Headline immer gut aussieht, jetzt halt für Art the Clown, ne, für Terrifier 3, vor Joker 2, aber das liegt jetzt nicht daran, dass Terrifier 3 der bessere Film ist, eigentlich, nein. Also, wenn man vom Filmischen guckt, definitiv nein, also überhaupt nicht. Kameraarbeit, definitiv auch nichts, nichts an Terrifier ist deutlich besser als Joker, außer halt, äh, meine eigene Liebe zu dem Film, ne. Darum finde ich den interhaltsamer für mich, aber Joker 2 ist schon der bessere Film. Aber es sieht natürlich geil aus, wenn du schreibst, Terrifier 3, vor Joker 2 an den Kinokassen. Ja, es ist merkwürdig, hab ich auch, musste ich zweimal lesen den Artikel, wo ich den gefunden hatte und fand das auch sehr komisch. Aber dann kommen wir doch mal zu den, den Hardskills. Also, wir haben ja schon über das Drehbuch gesprochen. Da seid ihr beide, glaube ich, so eher der Meinung nicht so geil, oder wie siehst du das, Sven? Ich hatte mich riesig gefreut, genau, also genau wie du. Ich bin jetzt, bin auch ein Gorbauer und dachte, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Noch brutaler als 2, was wollen sie denn jetzt noch? Ich glaube, wir haben mittlerweile echt alles gesehen. Was wollen sie denn jetzt noch bringen? Und, ja, wie gesagt, hatte mich gefreut. Aber das, was ich im 2. mochte, dass auch trotz der Länge ich keine wirkliche Länge im Film hatte, war ich hier wirklich so ein bisschen, oh, wo ich gedacht hab, ja, klar, okay, die schnetzeln sich jetzt hier lang, jetzt folgen wir Sienna. Und dass es da einen Verbund gibt, kriegt man, also klar, der Fan weiß es, aber das bekommst du im Film irgendwie kaum zu spüren. Und das finde ich schade. Ich rede heute so viel, deswegen sage ich, gebe ich Sven komplett recht, auch wenn es wehtut. Auch wenn es wehtut. Ja, ich fasse ja nachher die ganze Hand nochmal zusammen, so ein kleines Spoiler-Part, gehe ich da auch noch kurz drauf ein. Weil ich finde schon, dass er, wenn man das ein bisschen überdenkt, auch die Story gut weiterführt und auch neue Bausteine für das ganze Universum irgendwie reinschmeißt. Man muss dann das Ganze halt betrachten. Als einzelnen Film, ja, ist da der Settingwechsel halt cool und da passen dann die Storys so rein. Die sind dann meistens so, die Szenen, die wir schon aufgezählt haben, wie in der Bar. Das könnten auch einfach einzelne Kurzgeschichten sein, die du dann so reinschmeißt. Die kannst du auch einzeln schreiben. Das muss nicht das große Ganze sein. Aber es macht es schon ganz rund. Aber apropos Settingswechsel. Wir sind ja jetzt vom einen Feiertag zum anderen gehüpft. Wir sind ja jetzt an Weihnachten. Und ich nehme schon mal vorweg, er landet definitiv, wenn er irgendwann draußen ist, landet der auf meinen Weihnachtsfilmlisten zwischen Tatsächlich Liebe und Stirb langsam. Also der wird dann an den Weihnachtstagen auf jeden Fall immer mal im Videorekorder landen. Ein Blu-ray-Player, ein Videorekorder ist auch geil. Wie sieht das bei dir aus, Stu? Das wäre stilecht. Das wäre stilecht. Terrifier 3 auf Video wäre absolut stilecht. Ich habe auch gerade gedacht, was für ein Schwachsinn. Stu, wie sieht es bei dir aus? Wie empfandst du den Settingwechsel? Ja, es war halt Weihnachten. Aber da muss ich ehrlich sagen, da finde ich, es stirbt langsam für mich mehr Weihnachtsfilm. Also klar, er läuft da als Santa Claus rum, aber ob es jetzt Santa Claus ist oder der Osterhase, muss ich ganz ehrlich sagen, war mir egal. Da muss ich sagen, Spirit of Christmas hat er für mich nicht wirklich eingefangen, aber das habe ich auch nicht erwartet. Das war jetzt nicht das, was ich erhofft hatte. Er spielt halt ein bisschen damit, aber für mich läuft der nicht unter Weihnachtsfilm. Also da bleibe ich dann an Weihnachten dann doch bei Singlebells tatsächlich Liebe. Liebe und sage auch ganz ehrlich, tatsächlich Liebe kann ich an Weihnachten mit meiner Mutter auch wesentlich einfacher gucken als Terrifier 3. Das wäre eine Überlegung wert. Nee, es wird auch gebummst bei Terrifier 3. Verdammt. Naja, Sven, wie ist es bei dir mit dem Setting? Aber You Grand tanzt nicht. Richtig. Ach nee, mir war es tatsächlich... Sorry, Sven, wie sieht es bei dir aus mit dem Settingwechsel? Mir war es tatsächlich egal. Also den Anfang, wie gesagt, sehr stimmig und da habe ich auch so ein bisschen Weihnachtsfeeling, aber ja, also der könnte auch auf dem Oktoberfest rumlaufen. Also das ist, finde ich, da hat nicht einen großen Mehrwert. Es hat halt diesen humoristischen Mehrwert, gerade so mit der Bar und dann auch später im Einkaufszentrum, was ich auch eigentlich eine supergeile Idee fand. Und die hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht, aber ja, wie gesagt, ob das jetzt auch ein anderer Feiertag gewesen wäre, hätte ich es genauso gefeiert. Ich habe aber keine Weihnachts-Vibes bekommen, das muss ich, da muss ich leider zustimmen. Wir haben halt beide kein Herz, was mir immer vorgeworfen wird. Das kann gut sein, das kann wirklich gut sein. Ich habe beides nicht. Lass uns nicht drüber streiten. Aber das Wichtigste an dem Film ist ja, wir haben es mehrfach angesprochen, sind ja die praktischen Effekte, also Blut. Und ich finde schon, da wurde irgendwie was ausgebaut. Und man kann das definitiv als so ein schönes, praktisches Video sehen, wo einfach nur schöne praktische Effekte gezeigt werden, nacheinander. Wo dann jemand sagt, ach ja, die Leute, die da die Effekte gemacht haben, die würde ich aber gern für meinen nächsten Big-Budget-Film nehmen, weil die können ja was. Aber wie sind denn bei euch die Effekte angekommen? Fangen wir mal jetzt mal mit Sven an. Die Effekte sind super. Also das sieht alles gut aus. Sie haben sich auch zum Gegensatz, zum zweiten Teil jetzt auch ein bisschen gesteigert. Wobei ich finde, also für mich persönlich jetzt, wenn gerade so die berühmte Schlafzimmerszene, wo er dann so die Haut entlang zieht, wenn mir das zu realistisch gewesen wäre, wäre ich raus gewesen. Dann hätte ich gesagt, okay gut, nee, das geht mir tatsächlich zu weit. Aber so ist es ja halt auch wirklich so kartuneske Gewalt, die jetzt halt nochmal auf die Spitze getrieben wird. Aber die Effekte sind halt für das Budget und generell, selbst wenn sie noch ein geringeres hätten oder noch ein höheres, die Effekte sind top, also das sieht hammermäßig aus. Ja, das war's, mehr kann ich nicht sagen. Ich bin immer begeistert. Wenn man diese Art von Gewalt mag und ich bin da auch immer beeindruckt, was sie da auf die Beine stellen, dann ist das natürlich wieder großartig. Und ja, das wird, glaube ich, jeder sagen, der Film hat keine Szene, die heranreicht an die Schlafzimmerszene. Was ich aber okay finde, der Leon hat ja selbst gesagt, dass diese Schlafzimmerszene letztlich auch nur deswegen entstanden ist, weil sie wegen Corona halt ein paar Mal pausieren mussten und sie sich einfach noch mehr Gedanken machen konnten, was sie machen wollen. Dadurch ist halt dieser Mega-Overkill dieser Szene entstanden, die mir auch wirklich einfach zu sadistisch ist. Da muss ich ganz klar sagen, ja, es ist alles unecht, aber wenn er nochmal zurückgeht und mit der Lauge und dem Salz, das ist mir einfach, das ist mir too much einfach. Das ist eine Art von Sadismus, die ich dann auch irgendwie, die macht mir keinen Spaß, die finde ich dann auch irgendwie mehr peinlich als alles andere. So weit geht halt der dritte Teil nicht. Das klingt jetzt so ein bisschen, als ob der dritte Teil irgendwie leicht gutierbar wäre und nicht so schlimm, aber der geht auch wieder in die Vollen. Ich gab ein paar Kills, da war ich wirklich, ja, fast schon beeindruckt von der Kreativität, die da drin steckt. Ich mochte vor allem dieses Blut, dieses knallrote Blut. Ich fand es auch schön, dass ganz viele dieser Szenen wirklich bei Tageslicht oder bei hellem Licht spielen, dass du auch wirklich siehst, was da passiert und du siehst halt auch wirklich immer, das ist halt nicht echt. Also so schnell, wie der teilweise sich dadurch Menschen hackt, ist er entweder ultra stark oder hat eine wirklich sehr, sehr, sehr scharfe Klinge. Aber das hat doch, das hat Spaß gemacht. Ja, es war vergnüglich, es sah interessant aus, es war matschig, es saftet schön. Muss aber auch ganz klar sagen, wenn es jetzt darum geht, so, also den Kill des Jahres, ja, des Horrorfilm Jahres, wo ich sage, okay, der ist wirklich Overkill und der ist kreativ und den habe ich so noch nicht gesehen, der geht dieses Jahr nicht an Terrifier, der geht dieses Jahr für mich an In the Violet Nature. Das muss ich ganz klar sagen. Ich sage nur so viel Yoga. Sven weiß, was ich meine. Namaste, Bruder. Ich habe von dem Kill auch schon leider nur gehört, aber ich bin da auch sehr gespannt drauf. Der ist nix für mich. Der ist gar nix für mich. Aber hier ist auch ein schöner, ich nenne es mal Middle-Age-Ratten-Mund-Kill. Der ist auch schon ganz, ganz nice. Also, wenn man die Art des Kills überlegt, finde ich den auf jeden Fall, der könnte schon in die Top 3 kommen. Ja, wobei da tatsächlich war ich fast ein bisschen enttäuscht. Das ging mir fast ein bisschen zu schnell. Welchen Kill ich mochte, war tatsächlich der in der Baustelle, wo er quasi jemanden pellt, den Kopf zumindest. Ach, während sie sich vergnügt. Ja, ja, auch. Aber du hast ja schon diese Bett-Szene angesprochen. Und das ist halt, darum finde ich den Dritten müh schlechter als den Zweiten. Mir fehlt auch diese Big-Picture-Szene, wo da wirklich sadistisch lange draufgegangen wird. Darum fand ich dieses zweiten Teil im Schlafzimmer, fand ich dadurch richtig funny und unterhaltsam. Weil es war so lange, dass es sogar mir irgendwann wehgetan. Und ich dachte so, oh, jetzt ist aber doch ein bisschen zu lang. Das ist schon ein bisschen pervers jetzt. Und dann ich so, aber eigentlich schon ganz geil. Und das hast du halt hier nicht. Du hast halt so eine Szene, wo dieses rote Blut zur Geltung kommt, wo Art seinen inneren Leatherface so ein bisschen rauslässt. Die war auch ganz unterhaltsam und gut. Aber die war auch so ein bisschen, die könnte aus jedem 80er Slasher irgendwie sein. Und da hat man auch schön Spaß mit. Wobei er da ja auch sadistisch ist. Also nicht ganz so sadistisch wie eine Bedroom-Szene im zweiten Teil. Aber wenn er diesem einen Opfer noch die Sonnenbrille aufsetzt und solche Sachen. Das ist also, wer halt wirklich diesen Sadismus auch schätzt, der wird ihn natürlich jetzt nicht so präsent bekommen wie, oder so omnipräsent bekommen wie im zweiten Teil. Aber ich finde, da ist ja auch im dritten Teil immer noch genügend Sequenzen, wo Art einfach die Herzen erweicht. Genau so sieht es aus. Ich würde sogar schon mal in die Fahrtdienst übergehen, damit ich endlich losspoilern kann. Wenn ihr nicht noch irgendwas habt, was ihr unbedingt unspoilerhaft loswerden wollt. Chris Jericho ist alt geworden, oder? Ich habe ihn letztens erst bei der AEW irgendwann gesehen. Da dachte ich mir aber auch schon, oh Junge, dass der überhaupt noch auf Seile springt, das sehe ich aber auch nicht. Aber ja, der ist alt geworden. Und es gibt einen tollen Gastauftritt. Bitte? Es gibt einen tollen Gastauftritt. Den muss man erwähnen. Es gab mehrere schöne Gastauftritte. Aber der eine in dem Fernsehen, ich glaube, du meinst den werten Herrn, der schon längere Zeit für einige super Effekte gesorgt hat in der Filmgeschichte? Jawohl. Gut, hat mir auch sehr gefallen. Den Gottvater der Effekte. Zumindest der Park. Lukas war mit dabei. Toll. Peter Jackson ist auch am Start gewesen. Nee, ansonsten, was gibt es noch irgendwas? Also ich bin auch immer sehr überrascht, wie Monkey Island mäßig Arzt Sack ist. Also den, der mit sich rumschleift. Klar, also da, wo er seine Spielzeuge drin hat, dass wieder etwas Falsches ausgelegt wird. Da passt alles rein. Und es sticht dann irgendwie gerade mal so ein bisschen raus oder so. Das fand ich auch sehr spaßig. Ja, diese Podcast-Thematik im Film hätte ich auch nicht gebraucht tatsächlich. Da muss ich auch so ein bisschen meckern. Das fand ich auch so eher fillermäßig. Was mir aufgefallen ist und ja, das hört sich jetzt auch böse an, ist, dass diese Gewaltspitzen und dieses, ich schlachte mich da durch die ganze Straße und so, mich irgendwann, oh Gott, oh Gott, ich muss es tatsächlich sagen, auch so ein bisschen ermüdet hat. Also ich fand es, klar, es ist eklig, es ist Effekte, alles spitze. Aber irgendwann war es einfach nur Gewalt, um der Gewalt willen, um nochmal eins draufzusetzen. Und da hatte ich so das Gefühl, dass Leonin da versucht, seine Schwächen im Drehbuch einfach zu kaschieren. Da dachte ich mir wirklich, man hätte zwei Sachen einfach weglassen sollen und mehr auf die persönliche Ebene gehen zu Sienna und mehr mit ihr zu interagieren, statt halt nebenher die halbe Stadt abzuschlachten, was ja auch okay ist irgendwo. Aber ja, mir hat da einfach so ein bisschen der Bezug auch gefehlt. Wobei ich auch, also ich gebe da auch Sven wirklich recht und sehe das genauso. Was ich aber dem dritten Teil zugutehalten muss, er ist halt mit zwei Stunden noch echt immer noch zu lang, aber er ist nicht so überlang wie der zweite. Weil der zweite war mit zweieinhalb Stunden, weil er mir wirklich einfach zu lang. Und da komme ich halt wieder auf das Problem für mich halt zurück, der Demi Leone ist halt einfach kein, weder ein guter Drehbuchautor noch ein guter Regisseur. Und dann ist es halt besser, wenn er nur zwei Stunden einen Film füllen muss, anstatt zweieinhalb. Okay, wie gesagt, ich werde euch gleich Lügen strafen in meinem Monolog. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Sag bloß, Sienna ist hier auserwählt, das habe ich hier noch nie gesehen. Jetzt bin ich aber bach. Nee, nee, an meiner These ist noch mehr Fleisch dran, als nur, dass sie die Auserwählte ist. Also so ganz langweilig wird das nicht. Aber wollen wir erstmal, bevor wir hier das Spoiler-Part kurz reinschieben, Fazit zum Film. Komm, wir fangen jetzt an mit Stu. Ähm, ich fand ihn, ach, ich bin nicht das Zielpublikum. Das sage ich normalerweise immer bei Kinderfilmen, aber das kann ich jetzt auch hier sagen. Während ihr Gorehounds, Gorebauern, Splatterheads, nennt es wie ihr wollt, seid, dann werdet ihr damit eine echt gute Zeit haben, weil der ist wirklich kurzweilig, der ist auch besser gemacht. Arte Clown ist einfach eine Ikone, kann man drehen wie man will, super. Ich hatte damit keine schlimme Zeit, aber auch keine super Zeit. Ich habe mir das angeguckt, es gab ein paar Sachen, die haben mir gefallen, ein paar Sachen nicht. Ich habe nur wirklich die Hoffnung oder den Wunsch, dass Damien Leone vielleicht sich entweder irgendwie Hilfe sucht in Sachen Regie und Drehbuch oder aber noch besser, dass er vielleicht einfach wirklich sagt, wisst ihr was, ich kümmere mich jetzt um die Produktion und für die Effekte und denke mir kranken Shit aus. Und suche mir dann einen Regisseur und eine Regisseurin, die das umsetzt. Weil ich glaube, dann hätte diese Terrifier-Reihe, aus meiner Perspektive, wirklich das Potenzial, so einen richtig, richtig geilen, großen Genrefilm abzuliefern, der auch provoziert, der aber halt mehr ist als nur, guck mal hier, Blut, guck mal hier, Blut. Und was ich auch sagen muss, das habe ich noch gar nicht so richtig erwähnt, ich finde halt dieses Provozieren, einfach weil es erwartet wird, auch mehr anstrengend und bieder als jetzt wirklich echt provozierend. Aber ich kann niemanden böse sein, der das toll findet. Dafür sehe ich einfach auch ganz klar die Qualitäten, die das hat. Aber es ist schon mehr Nischenfilm und dass der gerade so durch die Decke geht, ist schon amüsant und ich gönne es ihm auch, auch wenn ich nicht derjenige bin, der am lautesten applaudiert. Sven, was ist dein Fazit? Mein Fazit ist, Tollagor, klasse Handmade-Effekte. Doch leider wurde bei mir auch Art ein bisschen entzaubert, weil sie zu viel von ihm zeigen und auch zu viel, was er so halt in seiner, ich nenne es mal Freizeit tut. Art und Vicky lassen... Mittwoch, Golf. Golf. Art und Vicky lassen die Sau raus. Ich hätte ihn gerne wieder ein bisschen einzeln. Ich hätte ihn gerne wieder ein bisschen fieser. Es kann zwischendrin gerne Humor sein, aber wie gesagt, was ich schon gemeint habe, dieses Pantomime-Lachen, das funktioniert einmal, das funktioniert zweimal. Aber wenn du es drei, viermal dabei hast, dann denkst du dir irgendwann, oh, komm. Sie rohen sich leider gern auf ihrem Killcount und auf ihrem Gore aus, den ich auch trotzdem schätze und mag. Aber da bin ich auch bei Stu, da sollte man sich vielleicht fürs Drehbuch ein bisschen Hilfe holen, dass man einfach wieder auf einen besseren Weg geht. Der Weg für den vierten ist ja schon gesetzt. Also ich denke, ich weiß, wie es da auch weitergeht. Da freue ich mich drauf und bin gespannt, was er sich einfallen lässt, weil also Einfallslosigkeit Kammerleoni wirklich nicht unterstellt. Und ja, also ich hoffe auch, dass sie die Gore-Schiene jetzt nicht, weil es mir zu viel war, sondern weil es einfach langsam zu einem Selbstzweck läuft. Also so ein Selbstläufer wurde dann halt, wie es du auch schon gesagt hast, irgendwie nur auf die nächste krassere, noch krassere, gedärmt-Vulkan-Wattest. Ein bisschen weniger, aber dafür halt ein bisschen intensiver. Also das Ganze noch ein bisschen mehr aufwerten, weil hier hupst du wirklich von Kill zu Kill. Ich hatte mich drauf gefreut. Er wurde für mich ein bisschen entzaubert. Ich finde ihn auch schwächer als den zweiten. Aber ich kann da auch wirklich nur sagen, Hut ab für das Budget, ein super Marketing. Und für mich ist er zu Recht auf dem Ersten. Und ich finde es auch witzig. Das war's. Mein Fazit ist ja kurz und einfach. Alle Gorehounds, es ist für mich ein Must-See. Die Fans werden sowieso rangehen. Andere sollten sich ja auch mal reintrauen jetzt. Gerade ist es, der Termin Halloween ist dafür perfekt. Und ich werde die mir bestimmt noch zwei, dreimal im Kino anschauen. Mit anderen Blut- und Gedärmsackern. Weil ich glaube, dann ist diese Stimmung auch noch mal eine ganz andere im Kino, als mit so ein paar Presseleuten, wo dann nur zwei, drei Leute, die eben ein bisschen den abgefuckten Kopf sind, so wie ich, lachen. Und der Rest da erschrocken hinguckt. Ansonsten, ja, alles, was ihr schon erzählt habt, die Effekte sind gut. Ich sehe die Schwächen auch. Die mildern sich bei mir aber ein bisschen ab, weil das ist wie so ein kleines Kind von mir. Also wie mein eigenes Baby. Ich würde das jetzt auch nicht ersaufen, nur, weil es einmal ein bisschen schlechter geworden ist. Nur, weil es nur mit einer 2 nach Hause kommt, als mit einer 1. Bitte, bitte, Zero. Arbeite niemals im Kindergarten oder so. Das geht nicht gut aus. So, Leute, wir kommen jetzt zum Spoiler-Part. Wichtig, es sind jetzt sogar die Kurzfilme. Alle Teile, wenn jetzt ein bisschen gespoilert, wer die noch nicht gesehen hat oder das nicht hören will, kann jetzt ausschalten oder 5 Minuten, 8 Minuten vorspulen, wie ihr möchtet. Denn jetzt erkläre ich, warum die Handlung so mega geil ist. Jetzt passt mal genau auf. Es gibt ja den ersten Kurzfilm oder einer der ersten Kurzfilme von der Millioner, The Ninth Circle. Da kommt Art, der Clown das erste Mal vor. Da kommt auch der Teufel mit drin vor. Art, der Clown ist da nur so einer, der eine Frau mit kidnappt und dann kommen so ein paar andere Figuren und der Teufel knallt lieber am Ende. Wird so angedeutet. Das ist der Kurzfilm. Da kommt, wie gesagt, der Teufel schon das erste Mal vor. Dann haben wir im ersten Teil haben wir Art, den Clown. Das ist jetzt meine These. Ob das jetzt von Leone so gewollt ist, ist in der Weise hingestellt. Aber es kann gut möglich sein. Art, The Clown ist da noch ein ganz normaler Typ. Ein ganz normaler Serial-Killer, ein Serienmörder, ein ganz normaler Typ auch nicht. Aber er ist da schon ein abgefuckter Typ. Aber noch nicht übermenschlich. Der schnetzelt sich da rum. Am Ende kriegt er eine harte Kopfverletzung. Und in dem Moment, denkt sich jetzt der Teufel, what the fuck? Nee, den kann ich jetzt nicht verrecken lassen. Das ist so eine abartige Persönlichkeit. Den hole ich mir. Den kann ich ja schnell für meine Machenschaften nutzen. Und das ist dann wie in der Offenbarung in der Bibel. Der Satan, sprich damals dann die Schlange, der Teufel, sieht eine fatale Kopfwunde bei dem Tier aus dem Meer und heilt die. Auf mystische Weise. Bibel ist auch nunmehr eine Fantasiegeschichte. Also genau da passiert es auch. Die Wunde wird geheilt und er ist ja wieder da. Zweiter Teil, da hast du dann dieses kleine Mädchen und während sie mit ihm spielt, heilt er ja nochmal komplett weiter in dieser Waschszene. Alle seine Dinge sind wieder geheilt. Und das kleine Mädchen ist nichts weiteres, als eigentlich der Teufel selber. Der halt reinkarniert in diesem Mädchen das Besitz und ihm eigentlich das Sagen hat, was er machen soll. Und jetzt kommt nämlich der Schlusspunkt, warum Victoria auch jetzt nicht die Nebenfigur im dritten Teil ist, sondern eigentlich halt auch der Teufel. Weil wenn du genau hinguckst, Ende des Zweitens hat sie schon diese leuchtenden Augen wie das kleine Mädchen. Und das kleine Mädchen ist halt, ist ein kleines Mädchen, ist halt immer noch eine schwächere Figur eigentlich, geht jetzt in sie rüber und darum hat sie auch beim Ende des Drittens diese echte, so synthesizeite Stimme, die halt wirklich auch schon so dämonisch ist, weil sie eigentlich die Person ist, die ihm jetzt dann so zeigt, was auf das musst du jetzt machen. Er ist nämlich eigentlich nur der Antichrist für sie. Und jetzt geht er rundum weiter. Nämlich Sienna ist natürlich, ja, das ist jetzt sehr obviously, die Auserwählte, weil A, der Vater, der heißt nicht umsonst Michael, sind wir doch mal ganz ehrlich. Jetzt hat sie natürlich auch eine Gottesrüstung da mit ihrem Gürtel, mit ihrem Brustpanzer, mit dem Schwert und Schild, weil auch gerade im zweiten Teil nimmt sie ja das Schwert und das beschützt sie vor dem Flammen von Art, der da in seiner kleinen Vorheule hier im Clown Café ist. Und sie ist ja auch da die Einzige, die nicht seine Geschenke eher so annimmt, sondern ihn sieht, wie er ist, dass er halt das Böse ist. Alle anderen sind ja so ganz lustig drauf. Und wie gesagt, Sienna ist halt die Auserwählte und jetzt gerade im dritten haben wir am Ende ja auch nochmal das Ding, dass sie ihre Wunden natürlich auch selber heilt. Im zweiten hat sie natürlich auch in diesem Wassertank, wo sie eigentlich schon tot ist, sieht man noch ihre kleine Stichwunde, genau wie bei Jesus früher. Da kommt sie raus und dann ist sie eigentlich, sie ist jetzt auch nicht mehr wirklich ein Mensch im dritten Teil schon. Und das siehst du ja beim Ende auch. Es gibt ja keinen Grund, warum auf einmal ihre Hände heilen. Von einmal. Und ja, wie Sven vorhin schon erwähnt hat, es muss jetzt geiler weitergehen und es muss jetzt auch in die Hölle weitergehen. Weil da muss das Finale jetzt sein, wie auch in der Bibel, dass Jesus halt da runter geht und halt den Teufel in die Flammen reinkickt. Und genau so ein Finale stelle ich mir da vor. Und noch ein Punkt, dass das so sein kann, ist nämlich auch der in ihrer Vision, jetzt hier im dritten, wo sie halt so eine Maria-Figur oder Nonnenfigur sieht, die da irgend so ein Dämon, der da am Rumhanteln ist, da in Ketten hält, der halt dann wirklich eine Originale, also nicht von ihr selbst gebastelt, sondern eine richtige Gottesrüstung macht und die da fertig baut. Und das Ding, 100% hat sie das im vierten an und schlachtet sich durch die Hölle. So, und jetzt sagt mir nicht, dass das keine biblische Geschichte ist mit einem wirklichen Hintergrund. Gebe ich dir ja alles, aber es ist trotzdem nicht gut erzählt. Und dass sie halt quasi, der die Antithese zur Art ist, ist ja quasi schon im zweiten Teil, wenn sie da irgendwie, glaube ich, vorgestellt wird mit dieser komischen Kostümierung, wo sie auch Engelsflügel hat. Also das ist jetzt, ja, das gebe ich dir, aber es ist halt trotzdem nicht gut erzählt. Das ist zwar alles drin, aber es ist nicht gut erzählt. Also das mit den Dämonen, das, das, also für mich sind es Dämonen. Das ist jetzt auch, also, also, sorry, aber ich gönne dir den Spaß, aber ich finde jetzt nicht, dass du mir jetzt irgendwas erzählt hast, was ich nicht schon vorher gerafft oder gewusst habe. Sorry. Aber vielleicht hast du Sven bekehrt, weil Sven ist ja Slip. Nein, also die sagen sie auch. Also sie sagen sie auch im dritten, wird ja auch die Geschichte erzählt von den Dämonen, die aus der Hölle kommen und genau so habe ich das auch gesehen. Also das siehst du, ich finde auch diese Szene, wo sie in der, in der Nervenheilanstalt sind, wo Art da als Kopfwurm da rumwusselt, da siehst du es ja schon. Also da, das hat für mich so was Übernatürliches und das ist auch das, was mir halt so ein bisschen die Schärfe auch an den Kills nimmt. Ich finde es gut, weil sonst würde ich mir es nicht angucken, gebe ich ganz offen zu, wenn das wieder, also wenn es zu ernst wäre, würde ich dann auch sagen, okay, gut, es langt. Mir ist das dann zu viel. Aber diesen Trip in die Hölle, da habe ich auch Bock drauf, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, was dieser Irre sich da irgendwie ausdenkt. Trotzdem finde ich es auch, ich muss es, ach Gott, ich muss es leider auch sagen, nicht so wirklich gut erzählt. Also es war jetzt auch nichts Neues, weil das sieht man ja ganz oft, gerade so im zweiten Teil, auch mit dieser Rüstung, mit diesen, mit diesen Flügeln, die wird ja so präsentiert, dass du schon siehst, okay, gut, sie könnte vielleicht sogar einer der Ernstengel sein oder jo, von mir aus kann sie Tiger Woods sonst was sein. Wenn es kracht und wenn es in der Hölle dann auch nochmal richtig zur Sache geht, bin ich dabei, ich will bloß halt nicht mehr Background vom Art haben. Das ist so das, die haben sich da so einen schönen Mythos aufgebaut und machen den, ich weiß, Leon hat es auch erzählt in einem Interview, dass sie halt im dritten so ein bisschen auf Art mehr eingehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht, also für mich war es ein kleiner Fehler, weil es da damit auch viel kaputt gemacht hat. Wenn recht, also zum Beispiel, es gibt halt im dritten Teil diese Szene, wo er dieses komische Gerät zusammenbaut, mit dem er halt später Santa Claus einfriert. Was die und die Szene, glaube ich, existiert halt nur, damit du verstehst, was es für ein Gerät ist. Aber ich dachte mir auch, so im Prinzip war das gar nicht notwendig gewesen. Du siehst halt einfach, ich meine, diese Mülltüte ist ja sowieso so fast schon was Magisches. Ich meine, ich hatte das so verstanden den Vorgängern, wenn der halt möchte, dass da ein Samurai-Schwert rauskommt, kommt da ein Samurai-Schwert raus. Von daher hätte ich jetzt sowas nicht gebraucht, wie du noch siehst, wie er dieses Gerät zusammenbaut oder irgendwelche Bomben. Das war mir auch einfach zu viel. Und ja, ich finde halt auch, dass spätestens ab dem zweiten Teil, wo sie halt wie gesagt mit den Engelsflügeln eingeführt wird, war mir auch klar, es wird vermutlich irgendwas natürlich Übernatürliches sein. Denn das hat ja dem Dämoni auch klar gemacht, dass Art ab dem zweiten Teil übernatürlich ist, was ich auch gut finde. Aber das ist jetzt letztlich halt so, letztlich geht es halt auf die Ursprung Geschichte Nummer eins zurück, nämlich das ewige Gute gegen das ewige Böse. Und das ist klassisch, aber ich bleibe dabei, ich finde, das hat er nicht gut erzählt. Das wirkt mehr so, es wirkt nicht wie eine, er sagt zwar immer, dass er immer so eine ganz klare Story-Struktur vor Augen hat, aber es wirkt für mich teilweise wirklich so, dass er so ein bisschen überfordert ist vom Erfolg dieser Filme und natürlich jetzt nachliefern muss und dann, ja, dann machen wir halt das und dann machen wir das. Und wie gesagt, ich glaube, Erzählen ist einfach nicht die Stärke von Damien Leona. Aber ich glaube wirklich, dass er halt diese Idee wirklich schon lange hatte, weil, wie gesagt, dieser The Ninth Circle Ding, das könnte jetzt sagen, dieses Finale so mit sein, weil da hast du auch diese, glaube, diese Figur, die unten in dieser Hölle jetzt im dritten Teil kurz auftaucht in ihrer Vision oder wo es auch immer da ist, die kommt auch schon in einem Kurzfilm so ähnlich so einer vor, der auch genauso abkommt. Ja, aber da haben wir das Problem, du kannst halt nicht vom Publikum erwarten, dass die, dass die die Kurzfilme gesehen haben. Aber ich glaube, für die meisten fängt halt diese Reihe halt wirklich an mit dem ersten Kinofilm oder mit dem ersten Spielfilm. Ich habe die Kurzfilme auch nicht gesehen. Klar, wenn du natürlich da Fan bist, wirst du da mehr rausziehen. Aber, und ich bleibe dabei und ich finde das wirklich toll, dass du es versuchst, lieber Zero, das ehrt dich wirklich. Aber du hast es leider nicht geschafft. Ich bleibe dabei, die Filme sind nicht. Nee, ich wollte damit nur sagen, dass er wahrscheinlich diese Idee zu diesem Franchise schon angefangen hat bei seinem Kurzfilm. Also ich glaube, er hat schon eine Idee davon, was er machen will. Aber er kann es, da gebe ich euch beiden ja auch so wirklich recht, dass er es nicht richtig auf Papier bringen kann oder sein Darsteller und allem nicht so erzählen kann, wie er es wahrscheinlich gerne im Kopf hätte. Ich glaube, im Kopf hat er einen richtig coolen Film, eine gute Franchise-Idee, aber er hat halt nicht, ja, er hat halt nicht das Talent, das so rüber zu schreiben und so in, ja, Regie zu führen, dass das genauso wird, wie er sich das vorstellt. Weil ich glaube, die Idee, die er da hat, ist glaube ich schon richtig cool und abgefuckt, aber er klingt sich richtig aufgeschrieben. Das ist, glaube ich, das Problem. Was ich auch schon gesagt habe, hier, er hat sich was Tolles aufgebaut, das muss man auch erst mal schaffen. Davor absoluten Respekt, aber ich glaube auch, dass er so ein bisschen überfordert ist und halt auch mit dem Erfolg vielleicht nicht so gerechnet hat. Er hat gedacht, okay, gut, die Nischen, die Nischen-Gorbauer kriege ich auf jeden Fall, aber dass das jetzt halt auch wirklich so Mainstream ist, hat ihn, glaube ich, auch selbst überrascht. Also ich denke auch, dass er da vielleicht noch ein bisschen sich mal hinsetzen sollte und das vielleicht noch ein bisschen besser und so zu Papier bringt, aber ja, ich habe auch natürlich Bock auf den in der Hölle. Was ich mich bloß frage ist, hat er nicht gesagt, das Finale wird zwei geteilt? Also was ich jetzt gelesen habe, ist, dass er nicht weiß, ob der vierte Teil der Schlussfilm sein wird, aber er hat definitiv Ideen und dass er jetzt erst mal daran arbeiten möchte, wie es jetzt weitergeht. Er weiß, wie es endet und er sagte auch, das wird episch, aber nach dem jetzigen Erfolg, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nach 3, 4 Schluss machen, aber vielleicht ist es ja genau, wie du gesagt hast, dass Teil 4 und Teil 5 quasi so back-to-back gedreht werden. Ich meine, der hat 2 Millionen gekostet. Nehmen wir nochmal vielleicht 3, 4 Millionen an Marketing nochmal rein und der hat allein in den USA am Startwochenende knapp 19 Millionen gemacht. Also im Prinzip kann der jetzt quasi machen, warte, ne? Der wird auch in Deutschland auch nochmal gut abreißen. Also, was ich jetzt nur gehört. Bei, ich bin ein bisschen überrascht, dass sie den so spät erst zeigen. In den USA ist er jetzt schon Anfang Oktober gelaufen, dass man so sagen kann, man kann ihn so über die ganze Halloween-Saison spielen und in Deutschland wirklich erst am 31.10. Und ich denke mir, also klar, der wird auch danach gut laufen, aber ich glaube, dass sie da vielleicht ein bisschen was sausen lassen. Ich glaube, es wäre vielleicht besser gewesen, den vielleicht eine Woche früher schon zu zeigen, oder? Ja, definitiv. Früher umso besser, ne? gerade heutzutage mit dem Internet. April. Ja. Aber ich glaube, ab 15.10. ist ja der Ticketverkauf, Vorverkauf schon losgestartet. Und ich glaube schon, die werden am 31. werden die Seele alle ausverkauft sein. Das ist ja auch der Film dafür. Also, wenn du wirklich so drauf bist, dass du an Halloween unbedingt Horror gucken willst und natürlich ist, das darf man auch nicht vergessen, das hat ja auch diesen Mutproben-Aspekt einfach. Für ganz viele Leute ist es ja auch fast schon eine Art Mutprobe, also allgemein auch Horrorfilme zu gucken. Ich weiß das, ich habe darüber einen Podcast, liebe Grünen. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Ich hätte noch eine Frage an euch, beziehungsweise würde gerne noch was machen, weil wir hier gerade eh in einem Spoiler-Bereich sind, also in einem geschützten Bereich. Ich würde gerne von euch gerne wissen, was sind eure zwei, drei Lieblings-Kills aus dem dritten Teil und mit welchem Kill kamt ihr nicht so zurecht oder welcher Kill hat euch nicht gefallen? Und ich würde jetzt mal diese ganzen nebensächlichen Kills wie zum Beispiel die zwei Typen, die er schießt in der Bar mal einfach echt weglassen sondern wirklich nur die richtigen, die handgemachten Kills. Was sind da eure Favoriten im dritten Teil und was ist so der Kill, wo ihr sagt, so nett gemeint, hat mich nicht überrascht. Also da fange ich mal kurz an mit den Kills, die mir nicht so gefallen haben. Da gibt es eigentlich zwei, obwohl die Explosion ist auch ein Nebenkill, würde ich sagen. Also das hat mir halt, das passt mir nicht, das war mir nicht so, das hat mir nicht gemeint. Ja, das auch. Aber so als zelebrierter Kill fand ich den anderen Kill in der Bar mit dem Santa Claus-Typen, fand ich, nee, sowas gibt mir nichts. Habe ich oft genug gesehen, dass irgendwer eingefroren wird und dann wird das zerschlagen. Fand ich jetzt nicht so mega geil, also war jetzt nicht meins. Okay. Sven? Ach so, das war es schon. Ich dachte, da kommt noch mehr. Also es, was mir nicht so zugesagt hat, das ist kein Kill, das ist tatsächlich so diese Dachbodenszene, was Vicky da treibt. Das war was, das wollte ich nicht sehen. Da dachte ich, oh komm, lass doch den Scheiß. Also das ist wirklich so ein, das war so ein Punkt, da hatten sie mich direkt erwischt. Da bin ich echt kein Freund von. Gerade so diese sexualisierte Gewalt, da steige ich gern aus. Was ich, also einmal, es gab schon ein paar, also die Kettensäge, Duschszene, die ist heftig, hat mich aber nicht so arg schockiert tatsächlich, wie die Schlafzimmer-Szene aus dem zweiten. Die toppt nichts bis jetzt. Aber trotzdem fand ich die ganz, also handwerklich super gemacht. Man hätte nicht so weit gehen müssen, dass man dann auch noch von hinten hier, die Säge über den Anus rüber zieht und so. Das hätte man alles, war mir dann, wo ich gedacht habe, jo Allah, okay gut, jetzt setzen wir halt nochmal eins drauf und dann setzen wir nochmal eins drauf. Aber handwerklich super gemacht. Und was ich auch noch, was ich auch eine fiese Szene fand, war die mit dem Teppichmesser. Das hast du, glaube ich, vorhin schon angesprochen. Genau, mit dem, hier, wo er den Typen halt wie eine Banane schält. Genau. Die fand ich auch, die fand ich auch übel. Also und halt krass gut gemacht. Und ich mochte die Explosion im Einkaufszentrum. Da habe ich tatsächlich gelacht. Ja, aber du hast auch Kinder. Ja. Aber die mir gefallen haben, da bin ich, glaube ich, ja, sind wir, glaube ich, fast alle sogar einig. Ich fand das mit dem Badezimmer, fand ich schon schön. Also wie gesagt, ich musste da sofort an Leatherface denken, wo er da mit seiner Kettensäge rumspielt. Dann geht, haut er auf sie noch ein paar Mal drauf. Wird dann natürlich auch noch ein bisschen abartiger und lustig, wo er dir die Brille noch drauf stößt. Dann das mit dem Mann fand ich sogar sehr gut, dass er da richtig reingeht, weil es gab ja nach dem zweiten oft dieses Ding, warum werden die Frauen immer nur so hart gequält? Jetzt hat er gezeigt, nee, auch Typen kriegen hier ordentlich mal eins auf die Eier, nämlich auch mit einer Kettensäge. Und da geht er ja nur noch mal neutral rüber. Der war ja eh schon fertig. Aber es ist ja das Gleiche, als wenn du noch mal wen zurückholst und dann noch mal schön das ganze Zeug in die Bunde schmierst. Da hat er das, glaube ich, als äquivalent dazu noch mal gemacht. Das fand ich ganz stark. Vor allem auch dieses rote Blut, wie es du vorhin auch schon erwähnt hast. Ey, es ist Knaller. Also nicht nur von der Farbe, sondern auch vom Angucken hat das Spaß gemacht. Und ich fand wirklich die komplette Schlussszene mit allem, ich fand das mit diesen Ratten, ja, das Ende kommt dir halt einfach da wieder aus dem Halt irgendwie so raus. Das fand ich dann auch ein bisschen lame. Aber die Idee dazu finde ich gut. Und alles drumherum, dass da noch einen Tannenbaum mit einem Darm geschmückt hast und so. Also dieses ganze Setting davon fand ich halt super interessant und gut gemacht. Also schon stark. Und bei dir? Ich mag tatsächlich, also es ist jetzt kein heftiger Kill, aber ich mag einfach dieses Bild, wenn halt Arte Clown kopflos da ist mal rumläuft und dann jemanden erwirkt. Das ist natürlich nicht besonders blutig, aber ich mochte irgendwie den Kill an Chris Jericho. Das war irgendwie ganz, es ist auch nicht besonderes, aber der hat mir irgendwie imponiert, weil der auch, weil der, also nicht aus dem Nichts kam, aber einfach diese, diese, diese kopflose Leiche da von Arte Clown, wie der durch die rummarschiert, das hat ja sowas schön klassisch Gruseliges, sag ich mal, wie als ob das so aus einem ganz alten Horrorfilm entnommen worden ist. Ansonsten mochte ich den Kill an Santa Claus ganz gerne mit der Moorübe. Ich fand das nett, das klingt jetzt irgendwie falsch in dem Kontext, aber okay. Die Duschszene, ja, das ist halt, das ist halt die, die große, der große Kill. Also was die Schlafzimmerszene im zweiten Teil war und das Zersägen im ersten Teil ist halt diese Duschszene jetzt im dritten Teil. Die war auch, also alle Effekte sind halt gut, das kann man nicht anders sagen. Und den Kill, den ich irgendwie nicht so toll fand, puh, ich überlege gerade, hm, ja, wenn Vicky halt irgendwie da rumsticht und so, das ist halt so, ja, gut, kannst du machen. Und, ja, der, der Kill halt ganz zu Beginn an, an dieser Mutter, ganz am Anfang, das war halt, das war halt wirklich Business as usual. Und da merkte man schon, okay, er versucht, glaube ich, so ein bisschen die Leute jetzt schon mal so, die es nicht kennen, so dran zu gewöhnen, das wird euch jetzt erwarten, die nächsten zwei Stunden, aber wenn du halt weißt, was ich erwarte, ist glaube ich so dieser Kill an der Mutter zu Beginn des, oder im Prolog dann mehr so halt so, ja, wie gesagt, Business as usual, gut, gut umgesetzt, aber da wird dann noch Besseres folgen. Das werden so meine Top und Flop-Killen als dritten Teil. Man kann natürlich auch, wenn man deeper gehen will, der, der Kill am Supermann, am Weihnachtsmann, am Santa Claus, ist natürlich eine ganz starke Konsumkritik, dass Weihnachten auch nur noch, Konsum, also für Konsum ausgeschlachtet wird und A dagegen ist. Und Sven spricht Hochdeutsch. Nein, okay. Echt? Wir haben hier viele Sachen heute verbreitet und auch Gerüchte. Wenn ihr nicht nur unsere zarten, lieblichen Stimmen hören wollt, könnt ihr natürlich auch www.tele-stammtisch.de gehen. Da gibt es noch viele weitere nette Kolleginnen und Kollegen. Ich muss das sagen, ich werde dazu gezwungen und könnt dort dann auch viele interessante Podcasts hören. Hin und wieder haben wir auch ein geiles Gewinnspiel am Start oder ihr kommt direkt zu uns in den Discord und dort gibt es auch immer lustige Diskussionen. Ich glaube, ich steuere da nämlich heute noch mal eine bei, so einen kleinen Poll, wenn wir das da machen können. Ich gehe davon aus, welcher euer Lieblingshorror-Clown Nummer eins ist. Und ja, ich verabschiede mich, gehe wieder zurück in die Hölle und ich sage mal, ich lasse euch die letzten Worte. Fangen wir mal mit Stu an und das letzte Wort kommt heute aus der Pfalz. Also ich würde euch wirklich empfehlen, auf unseren Discord-Channel zu joinen und ich weiß, wir drei sind nicht die beste Werbung dafür, aber glaubt mir, da sind auch Typen dabei und auch natürlich auch Damen, die wesentlich netter, sympathischer und charmanter sind als wir. Also bitte nehmt uns nicht da als Visitenkarte und ansonsten danke ich euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß im Kino, ob jetzt bei Terrifier, Smile 2 oder Wilder Nature. Es laufen wirklich sehr starke, interessante Horrorfilme diese Halloween-Saison. Sucht euch einfach einen davon aus und habt eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss. Juhu. Endlich kann ich hochdeutschen. Dank der Initiative und dem Telestammtisch. Ich wünsche euch natürlich auch viel Freude im Kino, egal ob Schlacht, Gor und Matschepampe oder vielleicht auch was Besinnliches. Haut rein, viel Spaß. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. und bis zum nächsten Mal. Applaus